Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fledner Kliniken, ich gratuliere euch ganz herzlich zum 20. Geburtstag, 20 Jahre Entwicklungsarbeit in der Entwicklung des tagesklinischen Konzepts für psychische Erkrankungen. Und ihr seid damals bei 20 Jahren Pioniere gewesen. Heute seid ihr nicht mehr wegzudenken, nicht nur aus Berlin und Brandenburg, sondern auch im internationalen Vergleich. Damals als Chef der Neurologie und später als Vorstandsvorsitzender der Charité habe ich die Zusammenarbeit mit euch enorm genossen. Es war einfach die Atmosphäre, die Zuverlässigkeit, das Engagement und die große Kompetenz, die dazu beigetragen hat, dass man immer Patienten zu euch schicken konnte und wusste, sie sind dort gut aufgehoben. Bleibt einfach auf diesem Weg und tragt weiter euer Chefchen dazu bei, damit die Psychiatrie in Berlin und die tagesklinische Versorgung für viele, viele, viele Patienten ein großes, positives Element der Berliner medizinischen Szene bleibt. Als Chef der Charité habe ich aber auch die wissenschaftliche Anbindung an viele Gruppen der Charité besonders hervorgehoben und besonders geschätzt. Und auch das sollte weiter erhalten bleiben. Also alles Gute zum Geburtstag und bleibt wie ihr seid.